Covid-19 The Great Reset bei Klaus Schwab. Um dieses Buch und um nichts anderes geht es im heutigen Video, im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann ein bisschen mehr um den Autor selbst und die Hintergründe des World Economic Forum, weil das Ganze dir dann noch einmal eine andere Perspektive darüber geben wird, wer dieses Buch eigentlich schreibt und was die Motivation des Autors ist. Aber heute befassen wir uns tatsächlich mit dem eigentlichen Buch. Und hier muss ich natürlich als erstes mal feststellen, ich finde es immer wieder spannend in der heutigen Zeit, wie viele Videos man immer wieder so sieht, auch zum Beispiel zum Thema Great Reset, wo dann zum Beispiel einige Verschwörungstheorien widerlegt werden oder wo jemand sich dazu äußert und dann sagt, okay, aufgrund des Great Reset könnte jetzt das Ganze so und so gemeint sein oder so und so gemeint sein. Und ich mir dann so die Frage stelle, ey, hast du eigentlich das Buch und die eigentlichen Gedanken und Auszüge dieses Buches gelesen oder hast du einfach irgendwo in deinem Internet mal einen Artikel oder irgendein Schlagwort gelesen und hast dir dann direkt deine Meinung gebildet. Nun ja, ich finde immer das Geniale einer heutigen Zeit, man kann sich eine Meinung bilden, indem man tatsächlich das eigentlich ursprüngliche Material liest. So, und das habe ich getan in den letzten Tagen. Ja, und ich habe mir ziemlich viele Notizen und einzelne Passagen rausgeschrieben für dieses heutige Video. Und ich kann euch sagen, ja, es wird ziemlich spannend. Es ist nämlich ziemlich gefährlich, was hier meiner Meinung nach in diesem Buch so alles drinsteht. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorien oder so zu tun, sondern das sind tatsächlich einfache Zitate, die ich euch unter anderem auch heute vorlesen werde. Deswegen ein kleiner Disclaimer noch vorab. Ja, es gibt ja manche Leute, die so in den letzten Tagen hier geäußert haben, dass sie eigentlich solche Themen hier auf dem Kanal nicht sehen wollen, dass sie lieber irgendwie reine Finanzanalysen und so weiter haben wollen. Aber dann lasst euch gesagt sein, wenn ihr euch nur immer auf das konzentriert, was zum Beispiel eure Aktien in dem Moment betreffen, dann werdet ihr natürlich unter Umständen ein raues Erwachen erleben, wenn ihr auf einmal ganz andere Einflussfaktoren auf eure Aktienunternehmen einprasseln seht, die ihr vorher gar nicht antizipiert habt. Zum Beispiel wird in dem Buch hier gefordert, dass unter Umständen Aktienrückkäufe verboten werden der Unternehmen. Und das hat dann durchaus einen großen Einfluss auf eure Aktienrendite. Oder dass beispielsweise man als Konsument keine Kredite mehr für Konsum bei Banken beantragen darf. Auch das hätte natürlich eine große Auswirkung auf zahlreiche Unternehmen, wo ihr Aktien von hält. Deswegen vielleicht einfach mal so ein bisschen offen sein und dem Video doch eine Chance geben oder dann auch nicht. Dafür kann nichts auch nichts. Aber ich finde das auf jeden Fall extrem interessant und deswegen werde ich es auch hier behandeln. Also legen wir doch einfach mal los mit Covid-19, The Great Reset. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie, die ja die Welt erschüttert hat, in zahlreichen gesellschaftlichen Situationen, aber auch in der Wirtschaft, in unserem menschlichen Zusammenleben und so weiter. Und dass das eigentlich auch der Welt eine Art Chance für einen Neuanfang gibt. In allen Bereichen. Darum geht es zentral in diesem Buch. Und da geht es auch schon direkt ganz am Anfang los mit einem ganz wichtigen Statement. Und zwar mit einem Zitat, dass vor der Covid-19-Pandemie und früher eigentlich jedes Land auf der Welt so ein eigenes Schiff war, was in eine bestimmte Richtung auf dem Planeten hier navigiert wurde. Also was die ganzen Probleme angeht, zum Beispiel ökonomischer oder politischer Natur und so weiter. Also jedes Land, stellt euch einmal vor, ist ein eigenes Schiff. Manche so hier zum Beispiel vielleicht, die schwimmen ab und zu mal in die eine Richtung zusammen. Dann divergieren sie vielleicht wieder ein bisschen. Und jetzt ist es aber so, dass der gesamte Globus, also alle Länder dieser Welt, eigentlich eine gigantische große Arche sind. Wie so eine Arche Noah. Ein gigantisches Schiff. Und jedes Land ist eigentlich nur noch ein kleines Abteil auf diesem Schiff. Und das war natürlich auch so das erste Mal, wo ich mir dann so die Gedanken gemacht habe, hm, wenn es nur noch ein Schiff gibt und jedes Land ist ein Abteil. Was ist eigentlich, wenn jetzt aber ein Land sagt, wir wollen gar nicht mehr auf diesem Schiff hier sein. Und wer ist dann zum Beispiel der Kapitän oder der Noah dieser Arche? Das sind natürlich so Gedanken, die man sich an der ersten Stelle schon mal machen sollte. Aber zurück zum Buch. Alle Probleme, nicht nur eine Pandemie, sondern auch Inflation, Kriege und alles andere, sind in der heutigen Welt interdependent, sagt dieses Buch. Also schaltet das Video nicht ab, es ist nämlich ganz einfach zu verstehen. Interdependent bedeutet, dass wenn irgendwo auf der Welt eine Sache passiert, es heutzutage nicht mehr nur Auswirkungen hat in dem jeweiligen Land oder in der Stadt, sondern auf der ganzen Welt. Und das können wir natürlich durchaus hier bestätigen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den Ukraine-Krieg hier anschauen. Hier haben wir die Ukraine. Und das ist jetzt sozusagen ein Krieg, der ja eigentlich direkt erst mal nur die Ukraine und Russland betrifft. Geografisch gesehen erst mal. Aber natürlich weiß jeder von uns mittlerweile, man muss sich nur die Energiekosten anschauen, die Inflation, die ganzen politischen Debatten innerhalb der EU mit Amerika und so weiter. Da merkt man sehr schnell, auch natürlich aufgrund der globalen Sanktionen in unterschiedlichen Ländern gegenüber Russland, Und tatsächlich, wenn eine Sache irgendwo auf der Welt passiert, kann das Auswirkungen überall auf dem ganzen Globus haben. Das heißt, dem kann man erst mal zustimmen. Auch kann man eigentlich den anderen beiden Thesen in diesem Buch zustimmen, dass alles sehr komplex ist und sehr schnell passiert. Und das sieht man eben auch bei der Covid-19-Pandemie, die ja sehr schnell um sich gegriffen hat. Am Anfang war es nur irgendwie auf einem Fischmarkt in Wuhan und ein paar Wochen später ging das ratzfatz ganz schnell um die ganze Welt und überall hat sich die Pandemie ausgebreitet. So, und das sind eigentlich die Grundannahmen. Und dann wird eigentlich im Verlauf des Buches auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl institutioneller als auch unternehmens- als auch persönlicher Ebene, immer wieder so gezeigt, wie jetzt in den einzelnen Bereichen ein Reset funktionieren könnte. Mit dem Ziel, dass am Ende die Welt kooperativer wird. Also, dass sozusagen alle Länder nach und nach erkennen, okay, wir sitzen eigentlich alle im selben Boot, sowohl was jetzt zum Beispiel die Bekämpfung einer Pandemie angeht, aber auch beispielsweise bei klimapolitischen und anderen Zielen. Und dass es deswegen doch sinnvoller wäre, wenn wir alle mehr gemeinsam arbeiten. So, jetzt weiß ich nicht, wenn du mit dieser Information bis hierher irgendwie d'accord gehst mit diesem Buch, dann ging es dir wahrscheinlich genauso wie mir. Also, da kann man jetzt erstmal großartig nicht sehr viel gegen sagen, oder? Ich meine, einerseits ist es ein Fakt, dass wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, es durchaus sein kann, dass es überall Auswirkungen hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Fakt, dass so eine Komplexität einfach besser ist, international zu managen, als wenn es jedes Land nur noch für sich selbst macht. Die großen Fragezeichen kommen dann, wenn man anfängt zu lesen und zu hinterfragen, wie das Ganze umgesetzt werden sollte und wie dramatisch und schlimm die Covid-19-Pandemie eigentlich tatsächlich langfristig war und ist. Denn hier werden meiner Meinung nach schon die ersten großen Fehlannahmen getätigt, die wiederum Fehlschlüsse haben, die aufgrund dieser fehlenden Annahmen basiert werden und somit auch überhaupt zu komplett falschen Theorien irgendwie dann werden, wie wir damit umgehen sollten. Und dafür gebe ich jetzt erstmal ein paar Beispiele. Das Buch hier ist ja aus dem Jahr 2020 und zwar im Juni, Juli entstanden. Das bedeutet, dass das jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre her und somit ist es natürlich für mich jetzt ganz leicht, einige Dinge, die dort drinstehen, anhand von den simplen und einfachen Fakten zu widerlegen. Die Autoren, und das fand ich so zum ersten Mal ein bisschen komisch, haben gesagt, dass alles, was vor der Pandemie war, eine Art Normalität dargestellt hat, die kaputt war, was auch immer sie damit meinten. Und dass es zu dieser kaputten Normalität eigentlich nie wieder zurückgehen darf. Und was mich so ein bisschen stört, dass die Autoren ständig so den Eindruck erwecken, als würden sie für alle sprechen, obwohl ich zum Beispiel persönlich das ganz anders sehe. Ich würde mir nichts lieber wünschen, als wieder zur Normalität zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie du persönlich das siehst. Aber jetzt kommen einige Widerlegungen von dem, was dort eben geschrieben wird. Hier steht zum Beispiel auf Seite 44 des Buches, dass ohne den globalen Sieg über die Pandemie, also ohne, dass jetzt überall die Inzidenzen runtergehen, überall die Infektionen und so weiter zurückgehen und eben halt die Pandemie besiegt ist, Menschen eigentlich keine Sicherheit mehr fühlen werden und keinen Anreiz mehr haben, das normale alltägliche wirtschaftliche Leben und so weiter zu gestalten. Also erst, wenn die Pandemie wirklich völlig global besiegt ist. So hier kann ich jetzt erst mal sagen, das ist falsch. Ich war nämlich sowohl 2020 als auch 2021 und 2022 recht viel unterwegs in der Welt. Ich habe zwei Unternehmen gegründet, in Österreich, in Spanien. Ich war in Tschechien unterwegs. Ich war in verschiedenen Orten in Spanien, auch während der Pandemie und habe somit natürlich auch viele Einschränkungen und so weiter, was zum Beispiel den Flugverkehr und so weiter angeht, mitbekommen. Und eine Sache ist mir dabei aufgefallen und zwar überall dort, wo die Regierungen die Menschen die Eigenverantwortung gegeben haben, selbst zu entscheiden, was sie tun möchten, sind Menschen sofort hingegangen und haben wieder ganz normal konsumiert, so wie sie es irgendwie konnten. Das war, ich kann mich noch gut erinnern, im Sommer 2020, wo wir im Kings Casino in Tschechien waren und ein Pokerturnier gespielt haben. Und das Pokerturnier war wirklich vollgestopft mit Menschen, während überall auf der Welt die Pandemie eigentlich am grasieren war. Aber alle Menschen, die dort waren, haben halt gesagt, es ist mir egal, ich möchte eben meine Freiheit genießen. Ich möchte hier hin und ich warte nicht, bis die Pandemie irgendwie global besiegt ist. Ähnlich war es beispielsweise in Madrid 2021, wo ich dort dann hier, da entstammt das Foto, im Sommer 2021 in Madrid war, wo es beispielsweise noch sehr viele Einschränkungen hier auf Mallorca, auch bezüglich des alltäglichen Lebens, was Social Distancing und so weiter anging, da waren. Wo aber in Madrid beispielsweise sehr offen schon damit umgegangen wurde und die Regierung gesagt hat, wir überlassen es den Menschen jetzt selbst, was sie tun möchten. Ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht, das überlassen wir den Menschen. Und siehe da, da gab es auch die Primark-Eröffnung und wir waren in Madrid unterwegs und alle Menschen waren auf der Straße. Da waren also nicht irgendwie die Menschen alle nur zu Hause und haben nicht konsumiert und so weiter. Das heißt, das ist schon mal die erste zentrale Fehlannahme, die hier in dem Buch getroffen wurde. Weiter geht es mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Hier wird im Buch Mitte 2020 gesagt, dass die ökonomischen Auswirkungen so drastisch sein werden, dass sie über die nächsten Jahrzehnte zu spüren sein könnten. Das ist eine ziemlich harte Aussage. Natürlich hätte es so sein können. Jetzt hinterher wissen wir, dass so drastisch die Auswirkungen nicht waren. Wenn wir jetzt beispielsweise uns mal einfach das Wirtschaftswachstum in den USA anschauen, und dann sehen wir hier, das lag 2019 bei 21,3 Billionen US-Dollar. Dann ist es runtergegangen aufgrund der Pandemie auf 20,89. Aber schon ein Jahr später, jetzt 2021, war es dann bei 23 Billionen. Das heißt, es ging sehr viel schneller, was die Recovery oder das sozusagen Erholen von dem Covid-Schock anging, als jetzt zum Beispiel hier von den Autoren angenommen. Ähnlich bezüglich der ganzen Reiseindustrie, also Airlines, Hotelgewerbe, aber auch Unterhaltungssektoren, Kreuzfahrten und so weiter. Hier wird im Buch behauptet, dass das wahrscheinlich nie wieder zu dem Stand zurückgehen wird, wie es vor der Pandemie war. Und was war in diesem Jahr auf Mallorca ein absolutes Rekordjahr an Flügen und so. Und das ist das Interessante. Ich kann mich auch noch so gut erinnern an die Zeit damals hier jetzt auf der Insel, wo es dann überall hieß, wir werden ab jetzt immer im Sommer Masken tragen. Es wird keine Frühstücksbuffets und Mittagsbuffets mehr auf der Insel geben. Ja, wir werden uns sogar nicht mal mehr die Hände geben zwischendurch. Ja, also wir werden eigentlich immer nur noch, wenn wir uns sehen und sich mehr umarmen und küssen, werden vielleicht noch mit der Faust irgendwie so machen, aber wir werden uns nicht mehr die Hände geben. Und all diese ganzen neuen Normalitäten galten eigentlich für viele schon als gesichert. Ja, und es war unvorstellbar, es war wirklich unvorstellbar, dass wir jemals wieder in ein Flugzeug steigen, ohne eine Maske aufzuziehen. So ist es sehr häufig, dass wenn wir mitten in einer Krise drin sind, wir irgendwelche Annahmen machen und alles immer ganz schwarz sehen und dramatisieren, so wie es auch in dem Buch gemacht wird. Und jetzt bin ich dieses Jahr schon sehr häufig wieder geflogen, ohne noch eine Maske tragen zu müssen. Das heißt, ich will damit kurz mal diesen Abschnitt zusammenfassen, dass sehr viel, was von den Autoren hier zu Beginn der Pandemie als undenkbar galt, jetzt schon wieder eigentlich ziemlich normal ist. Klar gibt es auch andere Dinge, die jetzt nicht so schnell irgendwie wieder zurückgegangen sind, aber wie ist denn euer Eindruck in euren alltäglichen Leben, wenn ihr mal kurz Inflation und so weiter und den Krieg und diese Sachen weglässt, habe ich den Eindruck, dass eigentlich in den meisten Ländern der Welt Covid-19 jetzt nicht mehr wirklich eine große Nachwirkung hat. Aber da würde es mich jetzt interessieren, wie ihr darüber denkt. Zumindest in den von mir besprochenen Punkten kann man felsenfest sagen, dass die Autoren sich hier geirrt haben. Ähnlich ist es übrigens auch bei der von den Autoren prognostizierten maximalen Tech-Dominanz. Da geht er sogar konkret auf solche Unternehmen wie Zoom Communications ein oder den Telemedizinbereich und andere Sparten, die aufgrund der Pandemie erstmal einen massiven Rückenwind bekommen haben, was sich ja auch dann zum Beispiel in den jeweiligen Aktienkursen der entsprechenden Unternehmen wieder gespiegelt hat. Aber wir haben auch jetzt wieder gesehen, dieses Jahr, dass zu einem großen Teil eben genau diesen positiven Rückenwind in der Pandemie jetzt auch aus den Unternehmen wieder rausgelassen wurden und die ganzen Vorteile, die sie sich eigentlich zu Beginn der Pandemie aufgebaut haben, jetzt auch aus ihren Aktienkursen wieder verschwunden ist. Aber man kann jetzt natürlich sagen, hey, bei so einem Buch, das ist vollkommen logisch, dass es während der Pandemie geschrieben ist, nicht jede Prognose irgendwie richtig ist. Und dabei geht es ja auch gar nicht darum, es geht ja um einen potenziellen Reset und einfach Ideen, wie man es irgendwie neu gestalten könnte. Aber jetzt wird es langsam richtig gefährlich, weil die Beispiele in diesem Buch, warum der Staat eine immer zentralere Rolle nun einnehmen muss und immer wichtiger wird gegenüber einem Unternehmen oder dem einzelnen Bürger, sind wirklich zahlreich. Beispielsweise auf Seite 78 wird geschrieben, dass die Covid-19-Pandemie die Totenglocke des Neoliberalismus ist. Ein Gedankensatz, der auf Prinzipien besteht, die Wettbewerb über Solidarität fordern, kreative Zerstörung über Regulierungen durch die Regierungen und ökonomisches Wachstum über sozialen Wohlstand. Dazu muss man natürlich ganz kurz mal sagen, dass wenn man in die Vergangenheit anschaut und sich so ein bisschen auch mal so überlegt, was ist eigentlich passiert, wenn wir diesen ganzen Wettbewerb und so weiter nicht mehr hatten zwischen Unternehmen und Privatbesitz und diesem Liberalismus und so, wie viel Wohlstand im sozialen Leben wir dann hatten, dann finde ich fast dieses Bild das ganz gut zusammen, nämlich im Kapitalismus, der natürlich bei weitem nicht perfekt ist, vollkommen logisch, es aber genug Wohlstand gab, um über all diese ganzen Dinge hier nachzudenken. Während im Sozialismus, wo es eben die andere Form der Gestaltung ist, wo der Staat die Macht über die Unternehmen hat und da entscheidet sozusagen, was, wo, wie produziert wird, es sehr häufig der Fall war, dass einfach die goldene Gans, die sie der Eier legt, hier eben aufgefressen wurde und nichts mehr da war, um es überhaupt umzuverteilen. Und jetzt im zweiten Satz, der ist noch wichtiger, da wird erstmal dann noch behauptet, dass die neoliberalsten Länder der Welt, also die USA und England, auch die waren, die am meisten Todesfälle hatten während der Pandemie und dass das sozusagen ein Grund dafür der Liberalismus ist. Und jetzt kommt es aber, in Zukunft werden die beiden kongruenten Mächte, nämlich einerseits massive Umverteilung auf der einen Seite und die Abschaffung neoliberaler Prinzipien auf der anderen Seite, den wichtigsten Einfluss auf die Reorganisation unserer Gesellschaft haben und mit der Frage, wie mit Ungleichheit umgegangen wird und die wichtiger werdende Rolle der Regierungen in Bezug auf die Gestaltung unserer sozialen Verträge. Wow, was für ein Satz. Also nichts anderes, als dass der Staat immer mächtiger und mächtiger werden muss, aufgrund dessen, wie diese Covid-19-Pandemie die Welt erschüttert hat und dass deswegen das Individuum auch innerhalb dieses sozialen Vertrages übrigens zurückgedrängt wird zugunsten des Staates, der entscheidet, wo es lang geht. Das muss man erst mal sacken lassen. Die nächste sozialistische Idee finden wir auf Seite 68, wo hier ganz euphorisch über das Degrowth Movement gesprochen wird. Also eine Versammlung von Menschen, die sagen, wir müssen jetzt eigentlich unsere Welt in einen Zustand bringen, wo wir sie geplant runterskalieren, wo es also kein Wirtschaftswachstum und so weiter mehr geben wird und wo wir einfach auf einem demokratischen Weg das Ganze runterskalieren. Oder wenn es beispielsweise um die Rolle der Zentralbanken geht, die ja, wo man eigentlich immer hatte, es gab früher immer Legislative, Judikative, Exekative und man könnte auch sagen, eigentlich so eine Art Monetative, also die Zentralbanken, die für Geldwertstabilität und so weiter sorgen sollten. Und jetzt, wie hier einerseits Klaus Schwab richtig erkennt, dass es die künstliche Grenze zwischen monetärer und Fiskalpolitik eigentlich nicht mehr gibt, sondern dass die Notenbanken dieser Welt eigentlich eine Art untergeordnete und, ja, subservient Rolle, also dass die Notenbanken der Fiskalpolitik dienen und somit eigentlich die Elected Politicians, also die gewählten Politiker, diejenigen sind, die über die monetäre Politik entscheiden. Und da geht es dann noch in der nächsten Seite um die Modern Monetary Theory und darum, dass eigentlich der Staat keine Ausgrabenbeschränkungen mehr hat, sondern der Staat legt fest, wofür er Geld braucht und wie er dieses Geld ausgeben möchte. Und wenn es dann aufgrund dessen, dass es zu immer mehr Geld im Umlauf zur Inflation kommt, der Staat dann wiederum durch erhöhte Steuern dafür sorgen wird, dass eben diese Inflation bekämpft werden kann. Das ist natürlich schon wieder eine lustige Sache, weil erst wird man natürlich, wenn man Inflation erzeugt, durch zum Beispiel extrem niedrige Zinsen, die es dann dem Staat erlauben, einerseits sich ganz leicht über Anleihen zu finanzieren, die dann einfach einen ganz niedrigen Schuldendienst haben, während der beispielsweise Sparer oder Aktionär eben mit anschauen muss, wie bei einer steigenden Inflation er Vermögen verliert, weil es ist nichts anderes als eine Form von Steuer, um dann wiederum, wenn aber die Inflation zu hoch kommt, aufgrund der ganzen Staatsausgaben und so weiter und weil es einfach zu viel Geld im Umlauf für die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen gibt, dann die Steuern erhöht. Und hier drin sieht er übrigens keinerlei Probleme, also dass es sozusagen eine immer weitere Machtzentralisierung gibt und irgendwann immer weniger Politiker eben auch nicht nur über die Fiskalpolitik entscheiden, sondern auch einfach unbegrenzten Zugang zu den Finanzen und so weiter haben. Das wird mit ihm von keinerlei kritischen Worten irgendwie begleitet. Im Gegenteil, er sagt sogar, es ist eigentlich gut, es so umzusetzen, es gäbe nur einige soziale Hürden, die man da, also eine Nebensächlichkeiten, die man aber eigentlich gut in den Griff kriegen könnte. Und diese Beispiele für immer mehr Staatsmacht und Staatsgewalt und immer weniger sozusagen individueller Gestaltungsmöglichkeit, die gibt es in diesem Buch zahlreich, immer wieder hier, zum Beispiel auch hier, wo hier empfohlen wird, so ähnlich wie es die Ökonomin Mariana Mazzucato gesagt hat, ja, dass in Zukunft wird es nicht mehr nur darum gehen für die Staaten, dass sie bestimmte Market Failures, also Marktversagen, korrigieren durch Regulierung, sondern dass sie tatsächlich ganz aktiv Märkte erst generieren und dann eben auch beeinflussen, um nachhaltiges Wachstum zu erzeugen. Dieses Stichwort von inklusivem Wachstum, also Wachstum, was allen Menschen zugute kommt und zu dem jeder Mensch ein Anricht hat, die bringen einen natürlich dann schon zum Schmeicheln, vor allem, wenn man sich anschaut, wie das World Economic Forum in den letzten Jahren aufgebaut wurde, wie viel Macht, Einfluss und Exklusivität es eigentlich symbolisiert und wofür und welche Werte Klaus Schwab eigentlich steht, auf das ich dann im zweiten Video eingehen werde, dann kann man nicht drum herum kommen, diese Ironie als irgendwie so ein bisschen ja lachhaft anzusehen. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, was ist eigentlich dieser soziale Vertrag? Der wird hier auch thematisiert und zwar gilt es so im Endeffekt als eine Art ungeschriebene, eine Art ungeschriebenes Gesetz zwischen dem Individuum und den Institutionen. Man könnte auch sagen, das ist der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält und der so ein bisschen darüber Auskunft gibt eigentlich, wie viel individuelle Freiheit und wie viel Eigenverantwortlichkeit hat eigentlich ein Individuum und wie viel dieser Freiheit und Eigenverantwortlichkeit überträgt er den Institutionen oder überlässt er den Institutionen. Ich sehe generell die Motive, die jetzt dieses Buch haben mag, als durchaus interessant und diskutierbar an, aber die Ideen und Gedanken zur Umsetzung als höchst fragwürdig, gefährlich und eine Art von neuem Sozialismus, den man mit allen Möglichkeiten abwehren sollte und den man sich auf jeden Fall widersetzen sollte. Denn ich würde nicht gerne in einer Welt leben, in der mir alles vom Staat vordiktiert wird, nicht nur sozusagen, was ich konsumieren darf, sondern wie viel Wohlstand ich für mich aufbauen darf, wo ich mich hinbewegen darf und so weiter. Das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie dieser Film Equilibrium, wo jeder einfach einmal am Tag oder zweimal am Tag so ein Medikament nimmt, damit er keine Emotionen mehr verspürt, weil nur diese ganzen Emotionen führen eben dazu, dass die Menschen Kriege führen und sich umbringen und dann hast du vielleicht eine Welt, wo es keine Kriege mehr gibt und so, aber auch eben keine Emotionen mehr und das ist nicht unbedingt eine Welt, in der ich leben möchte und deswegen möchte ich auch diesen sozialen Vertrag nicht immer mehr unterschreiben, weg vom Individuum und weg von individuellen Rechten, einerseits, was die Überwachung angeht, einerseits, was die Bewegungsfreiheit, was die ökonomische Freiheit und so weiter angeht, sondern ich möchte halt eben weiterhin ein Individuum bleiben und ich möchte mir nicht eben von jemand, den ich nie gewählt habe, sagen lassen, was ich in Zukunft tun möchte, vor allem, wenn er sich selbst nicht mal nur annähernd an all dieses ganze inklusive Wachstum und so weiter und den inklusiven Wohlstand hält, den er hier vorgibt, weil im zweiten Teil wirst du noch so einige spannende Fakten zu Klaus Schwab erfahren. Und jetzt könntest du vielleicht sagen, na und, ist doch egal, ist doch nur so ein 84-jähriger Opa, der einfach nur ein paar wilde Fantasien hat. Ja, es ist ja nichts Neues, dass ein erfolgreicher Unternehmer irgendwann zum Sozialisten wird, um vielleicht beliebter zu werden und in seinen letzten Jahren nochmal irgendwie halt so eine Form Anerkennung will und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil nicht umsonst findet der Gehör bei den zahlreichsten und wichtigsten Politikern und Milliardären dieser Welt. Die treffen sich einmal im Jahr, zahlen Hunderttausende an Euros für die Teilnahme an diesem Event und dort, ja, erfahren sie dann so, ja, mit wem kann ich jetzt mich netzwerken, wo kann ich irgendwie weitere Deals machen und so weiter. Das ist also eigentlich ein gigantisches, exklusives, kapitalistisches Event, muss man auch an dieser Stelle sagen. Dazu, wie gesagt, dann im zweiten Teil mehr. Und wenn ich jetzt überlege, dass dieser Mann, der nie gewählt wurde von irgendjemand, aber auch auf einem G20-Gipfel, wo eigentlich nur gewählte Politiker sind, eine Rede halten darf und dem auch zugehört wird, naja, dann mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, dass er natürlich seinen Einfluss auch geltend machen kann auf eben die Fiskalpolitik in den jeweiligen Ländern und dass man schon ein bisschen aufpassen muss, auch auf demokratischem Wege, dass das halt irgendwann nicht überhand nimmt und dass wir tatsächlich nicht zu sehr eingeschränkten werden in unserer individuellen ökonomischen Freiheit, ja. Aber vielleicht sind das ja auch nur irgendwelche komplett idiotische Gedanken von mir an dieser Stelle. Dann habe ich natürlich dieses Buch wahrscheinlich komplett falsch gelesen und eigentlich war ja soweit alles gar nicht gemeint und im Sozialismus ist es ja sowieso dann meistens so, dass es nicht der richtige Sozialismus war, wenn alles fehlschlägt, ja. Und ich glaube sogar, dass auch die Welt sich höchstwahrscheinlich auch von so einem Fehlexperiment wie hier dargestellt wieder erholen würde. Aber muss man jedes Mal immer so viel auf dem Weg kaputt machen, bevor es dann irgendwann wieder sozusagen nach vorne geht? Weil nein, ich habe einfach eine massive Angst, was mit den Ländern und mit den Menschen passiert, die sagen, hey nein, ich möchte auf deinem Boot nicht mitschwimmen, ja. Ich möchte nicht auf dieses Boot mit rauf, wo der eine Typ sich als Noah sieht, ja, der alle anderen so in Form rettet. Ich möchte einfach nicht der sein, der da mit auf diesem Boot ist und sich entscheiden muss, schwimme ich jetzt da mit oder muss ich runterspringen, weil ein anderes Boot gibt es nicht mehr. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr ja gerne auch kommentieren. Bleibt wie immer sachlich und rational in dem Umgang und wenn ihr Fragen habt noch allgemein zum Buch, ich habe ja auch einige Sachen noch nicht erwähnt und so, aber wenn ihr Fragen habt, dann haut es mir gerne natürlich hier unten in dieses Video rein, weil ich habe dieses Buch wirklich jedes einzelne Wort gelesen und kann euch, denke ich, ganz gut beantworten bei allen Sachen, die euch interessieren dazu, falls ihr dieses Buch selber noch nicht gelesen habt. Ansonsten bis zum nächsten Video, rationale Grüße, ciao, ciao.